Yo, was geht ab euch, meine lieben Freunde? Ich komme zu einer neuen Runde von Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat spielen wir kleine Kartenchaos. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Über ein Like, hinterlasst doch ein kostenloses Abo, wenn ihr möchtet. Na dann, viel Spaß. Ich bin nochmal raus. 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 1 Die haben Vorräte angefeuert. Rauchgranate geht raus! Die feindliche Aufklärung schaut aus dem Himmel zu. Feindliche Vorräte werden ab, aber Aufklärungsflugschwein bereich für Mission. Die Feindliche Vorräte werden ab, aber Aufklärungsflugschwein. Aufklärungsflugschwein! Aufklärungsflugschwein! Halt! 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 Wad! T minimalist man! Wad! Wad! Peterummer! Die Patrouillenzone ist Zeit! Vorsicht, Schatz-Granate! Achtung! Achtung! Wir fahren uns mit der Atmosphäre! Wir fahren uns mit der Waffe! Yeah! Wir fahren uns mit der Patrouillenzone gesichert! Achtung! Man, hier ist der Wasserbeschützer unterwegs! Wir fahren uns mit der Kaffee! Das war's für heute. Fass doch eure Kanzler auf, Kanzler! 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 Hau! Warte! Hau! Danke, dass ihr zugeschaut habt. und dann bis zum nächsten mal. Ciao.